Um Futter für Kolibris, auch Nektar genannt, herzustellen, mische zunächst einen Teil weißen, granulierten Zucker mit vier Teilen warmem Wasser. Rühre die Mischung um, bis der Zucker vollständig aufgelöst ist. Koche dann das Zuckerwasser ein bis zwei Minuten, um das Bakteriumwachstum zu verlangsamen und mögliches Chlor im Wasser, das für Kolibris schädlich sein kann, loszuwerden. Wenn du bereit bist, die Vögel zu füttern, fülle einen roten Futterbehälter mit deinem Nektar, denn die Farbe wird die Kolibris anziehen. Hänge den Behälter an einem schattigen Ort auf, um den Nektar frisch zu halten.